Recknetz Wasserfoss Gehen Richtung Streiter Ein bisschen Pedaler dahinten Das ist Recknetz Dammgarten Boah, das umgehen wir leider Und das denn? Das ist irgendein Nebenbezirk Ist auch nicht so schlimm Vielleicht kommt hier noch mehr Stadtteil Dammgarten Da wird ja wohl das meiste Recknetz sein Und Dammgarten ein bisschen kleiner Ja So, dann machen wir mal ne kleine Pause Das Pulten fehlt ja alle schon Ja, ist auch mal Verlassen wir auch nicht Spass und wir können Verkratzen das so hier Ja, das ist gefährlich aber Ja, das ist gefährlich aber Autoverbindung Töne Ja, das ist ein paar Dammgarten 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 Dammgarten